Ein weiteres neues Feature der Version 8 ist das sogenannte Heften. Sie sehen hier eine Nahtstelle, die automatisch zusammengeheftet wurde. Das ist in den Standardeinstellungen so vorgegeben. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste kann ich ganz oben den Menüpunkt Heftung lösen aufrufen und habe dann diese beiden an dieser Nahtstelle getrennt. Wenn ich die Heftung standardmäßig ausschalten möchte, gehe ich in das Optionsmenü unter Tools, Optionen und kann dann hier den Haken bei automatisches Heften aktivieren rausnehmen. Wenn ich dann mit OK bestätige, werden später Schnitte auf der Timeline nicht automatisch wieder zusammengeheftet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017